Ich bin seit 15 Jahren am Übergeben von Funktionen und es geht mir wirklich gut damit, weil wir das mit großer Sorgfalt gemacht haben und ich keine verantwortlichen Funktionen mehr dort ausübe, aber dabei sein darf, weil ich auch in dem rechten Gebäude da wohne. Insofern falle ich nicht in die Lehre und es ist immer noch so, die Lehrtrainerinnen und Lehrtrainer wohnen ja bei uns, solange sie da arbeiten. Die Mitarbeiter sind jeden Mittag beim Essen. Also ich bin noch Teil dieser Gemeinschaft, ohne diese Betreiberverantwortung zu haben und das fühlt sich einfach sehr gut an. Ich möchte mich auch entschuldigen dafür, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit anwesend bin. Es ist sonst nicht meine Art gewesen, aber ich bin eigentlich im Ruhestand. Und ich merke, ich meine es ernst mit dem Ruhestand. Heute arbeite ich, nicht ich, meine Firma. Ich bin retired. Ja! Ja! Ich habe mich selbst überlegt, wie wir uns auf denedenken, auch schon kalt. Ja! Ich muss gerne meinen Ganzen bieten. Ja! 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 Und das ist das so, wie wir jetzt alle sagen. Ja! 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 Und wie? Ja! Ja! Ich sehe mich selbst überraschadomo! I will not say much more, this is my last goodbye in the professional communities. I stop now with 70s and we will have a wonderful time on other stages. I will not say much. I can't believe it. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 I'm still writing and I'm around because I live on the campus where my company and my foundation is so I'm sitting in the garden and we have about 20 people working for us and from time to time somebody comes to me and talks to me and asks something so I'm available, leadership by aura Thank you 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 Vielen Dank.